Wann sind blaue Flecken nicht mehr im grünen Bereich? Ich bin Doc Sebastian und wir gehen in dieser Frage heute auf den Grund. Blaue Flecken bzw. Blutergüsse, auch Hämatome genannt, treten bei Verletzungen von Blutgefäßen auf. Dabei kommt es bei dem klassischen blauen Fleck meist durch ein mechanisches Trauma, also zum Beispiel einen Stoß, zur Verletzung. Häufig treten sie an den Streckseiten der Arme und Beine auf, da wir uns da ganz einfach häufiger stoßen. Hinzu kommt, dass an diesen Stellen weniger Weichteilgewebe ist, das nachgeben kann. In der Regel sind blaue Flecken nicht gefährlich. Sie heilen meist folgenlos aus. Bei sehr großen Hämatomen bedarf es zwar etwas mehr Zeit, bis der Körper sie ganz abgebaut hat, jedoch stellt auch das meist keine Gefahr für unseren Körper dar. Sorgen machen sollten wir uns, wenn vermehrt und immer wieder blaue Flecken auftreten, ohne dass ein mechanisches Trauma erfolgt ist, oder du regelmäßig bei leichten Stoßen riesige blaue Flecken bekommst. Dann solltest du einmal zum Arzt oder zur Ärztin das Ganze abklären lassen. Denn dahinter können in seltenen Fällen dann Störungen der Blutgerinnung stecken. Sie können angeboren oder erworben sein oder auch durch Medikamente oder andere Erkrankungen unseres Blutes, wie zum Beispiel der Krebserkrankung Leukämie entstehen. Auch in gewissen Körperregionen solltest du größere blaue Flecken einmal abchecken lassen. Ein Beispiel für Komplikationen im Kopfbereich, das ist die Gehirnerschütterung. Personen weiblichen Geschlechts haben übrigens schneller und im Vergleich größere blaue Flecken. Das liegt unter anderem an dem etwas lockereren Bindegewebe. Ihr habt das sicherlich auch schon einmal bemerkt. Gestern sah der blaue Fleck doch noch ganz rot aus und jetzt ist der tiefblau. Wie kann das sein? Das liegt daran, dass das ausgetretene Blut wieder abgebaut werden muss. Dabei gibt es verschiedene Abbaustadien des Hämatoms. Bei Austritt des Blutes ist der blaue Fleck, den Wunder des, rot. Nach 24 bis 96 Stunden kommt es dann durch die Blutgerinnung und viele weitere Prozesse wie Sauerstoffmangel und dem beginnenden Abbau der Blutzellen zu einer tiefvioletten oder sogar Schwarzfärbung. Im weiteren Verlauf, nach etwa so 4 bis 7 Tagen, kommt es durch weitere Abbauprozesse zu einer Grünfärberung des Hämatoms und im letzten Schritt, bevor der blaue Fleck dann ganz verschwindet, färbt er sich dann so gelb-bräunlich. Wie lange der blaue Fleck bestehen bleibt, ist individuell total unterschiedlich und hängt von seiner Größe ab. Meist verschwindet er nach einigen Tagen bis wenigen Wochen von ganz alleine. Übrigens kann ein blauer Fleck auch wandern. Das liegt an der Schwerkraft, die das Blut in Richtung Boden fließen lässt. Als erste Hilfemaßnahme ist es ratsam, direkt nach der Verletzung die Pechregel anzuwenden. Klingt erstmal komisch, ist aber so. Also Pause, Eis, Kompression und Hochlagern. Beim Kühlen ist es wichtig, darauf zu achten, dass das Eis nicht direkt auf die betroffene Stelle gehalten wird, da das zu kalt ist und dem Körper zusätzlich Stress bereitet. Es hat sich übrigens bewährt, im Wechsel 10 Minuten kontinuierlich zu kühlen und 10 Minuten zu pausieren. Salben sind umstritten, was ihre Wirksamkeit angeht. Zwei Stoffe werden hier besonders häufig verwendet. Zum einen die Heparinsalbe, die gerade bei großen Hämatomen Abhilfe schaffen soll, den Abbauprozess mit ihrer blutverdünnenden Wirkung zu beschleunigen. Diese Wirkung hat aber einen sehr zu vernachlässigenden Effekt, da die Salbe meist nur in geringsten Konzentrationen in die Tiefe des Hämatoms durchdringen kann. Eine andere häufig empfohlene Substanz ist die Arneka-Salbe. Aber auch hier ist der Wirkmechanismus nicht belegt und kann daher auch nicht ausdrücklich jetzt von mir empfohlen werden. Explizit abgeraten würde ich von den beiden Salben aber trotzdem nicht. Sie haben in der Regel keinen negativen Effekt auf unsere Gesundheit und häufig geben Patientinnen und Patienten sogar an, die Salben hätten ihnen geholfen. Also Fazit, wer sie ausprobieren möchte, kann das gerne tun, denn sie schadet unserem Körper nicht. Ihr seht also, in den meisten Fällen ist so ein blauer Fleck gar nichts Schlimmes. Wenn ihr euch für weitere Themen rund um eure Gesundheit interessiert, dann abonniert doch gerne unseren Kanal. Ich freue mich total auf euch.